Das ist ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, Der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Fürbitte für andere. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Matthäus 18, Vers 19 Ich erinnere mich daran, wie es in Battle Creek war. Damals fühlten sich einige für die Unbekehrten verantwortlich und für Leute, die im Dunkeln waren und kein Licht seien. Daraufhin wurden Gebetsstunden angesetzt, um die Kraft Gottes zu ihrer eigenen zu machen. In jedem Fall haben die himmlischen, mit Vernunft begabten Wesen mit diesen Bemühungen zusammengearbeitet, Wenn die Gemeinde viele Glieder hat, sollen sich die Glieder in kleine Gruppen aufteilen, um nicht nur für die Gemeindenglieder zu wirken, sondern auch für Ungläubige. Wenn es an einem Ort nur zwei oder drei gibt, die die Wahrheit kennen, dann sollen sie sich zu einer Arbeitsgruppe zusammenschließen. Sie sollen das Band ihrer Gemeinschaft nicht zerreißen lassen, sollen in Liebe und Einigkeit zusammenhalten, einander im Vorankommen ermutigen, wobei jeder durch den Beistand der anderen Mut und Kraft bekommt. Sie sollen Christus' ähnliche Langmut und Geduld zeigen, keine übereilten Worte sprechen und die Gabe der Sprache dafür einsetzen, einander im allerheiligsten Glauben aufzubauen. Sie sollen in der Liebe, die Christus hatte, für die arbeiten, die sich außerhalb der Herde befinden. Indem sie in Christi Namen arbeiten und beten, wird sich ihre Zahl erhöhen. Es gibt Heimatmissionsarbeit zu tun und wir hören die Ausrede. Solange es in unserem Land so viel Sünde und so viel zu tun gibt, warum sollte man dann einen derartigen Eifer für fremde Länder an den Tag legen? Ich antworte. Unser Arbeitsfeld ist die Welt. Der Erlöser hatte seine Jünger angewiesen, in Jerusalem mit der Arbeit zu beginnen, dann durch Judäa und Samaria zu ziehen, bis an die äußersten Gegenden der Erde. Nur ein kleiner Teil des Volkes nahm die Lehre an. Doch wurde die Botschaft von den Boten rasch von einem Ort zum anderen getragen. In ein Land nach dem anderen wurde die Pfanne des Evangeliums aufgerichtet. An all den nahen und weit entfernten Orten der Erde. Doch gab es ein Vorbereitungswerk zu tun. Der Heiland hatte versprochen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns.